Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Wie ich euch schon im Infovideo erzählt habe, war ich gestern bei Gigaset. Das ist ein deutscher Hersteller, der eigentlich für Schnurrlostelefone bekannt ist. Die haben gestern aber auch ihre ersten drei Smartphones vorgestellt, nämlich das Gigaset Mi, das Gigaset Mi Pure und das Mi Pro. Das interessanteste ist in meinen Augen das Mi Pro und das habe ich mir auch etwas genauer angeschaut. Man hat hier vor allem den Fokus auch auf das Design gelegt und darüber wurde ziemlich lang gesprochen. Wir haben eine Glasrückseite, auf der Vorderseite ebenfalls Glas, das ist in einer leichten 2,5D Optik gewölbt und natürlich einen Metallrahmen, der sich auf jeden Fall ziemlich hochwertig anfühlt. Das Ganze hat etwas vom Samsung Galaxy S6, fühlt sich aber in meinen Augen nicht ganz so hochwertig an. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall von der Haptik wirklich ein sehr sehr schönes Smartphone. Auf der linken Seite finden wir dann, wie ihr sehen könnt, die lauter, leiser Wippe. Rechts befindet sich der Power-Button, außerdem der Einschub für zwei SIM-Karten oder eine Micro-SD-Speicherkarte. Der 32 GB große interne Speicher kann nämlich erweitert werden. Außerdem haben wir natürlich auch Dual-SIM-Fähigkeit, auf der Oberseite ein Infrarot-Port und der 3,5 mm Klinkenanschluss. Und das interessanteste ist vielleicht die Unterseite. Gigaset hat den Lautsprecher beworben, den muss ich natürlich erstmal noch testen. Aber ihr seht es schon, wir haben auch hier USB Type-C wie beim OnePlus 2. Also darauf setzen jetzt auch immer mehr Smartphones. Außerdem haben wir ein 5,5 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 bei etwa 401 ppi. Was die Helligkeit und das Kontrastverhältnis angeht, hat das Display wirklich einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Da bin ich mal auf das finale Gerät gespannt. Ansonsten auf der Vorderseite noch eine 8 Megapixel Frontkamera mit Weitwinkel. Als SOC kommt der Qualcomm Snapdragon 810 zum Einsatz. Dazu gibt es dann 3 GB Arbeitsspeicher. LTE ist außerdem auch mit an Bord. Und auf der Rückseite haben wir eine 20 Megapixel Hauptkamera. Die hat einen ganz guten Ersteindruck gemacht, würde ich mal sagen. Allerdings bei schlechteren Lichtverhältnissen und beim Fokussieren, da kann man definitiv noch einiges verbessern. Aber ja, das war natürlich auch noch nicht die finale Software. Der Akku ist fest verbaut, hat eine Kapazität von starken 4000 mAh. Also da sollte wirklich eine ziemlich gute Akkulaufzeit drin sein. Außerdem wird auch Fast Charging unterstützt, das trotz USB Type-C. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich lobenswert. Auf der Rückseite finden wir dann außerdem noch einen Fingerabdrucksensor. Den konnte ich allerdings noch nicht genauer testen. Bei der Kamera auch noch eine Dual-Foto-LED. Außerdem sogar einen UV-Sensor. Bei allerlei Schnickschnack, da bin ich schon gespannt, wenn ich mir das mal genauer anschauen kann. Ansonsten als Software kommt hier Android 5.1.1 Lollipop zum Einsatz mit Gigasets eigener Benutzeroberfläche. Die ist in meinen Augen aber ziemlich nah am Stock Android orientiert. Wann wird das Ding verfügbar sein? Gigaset hat gemeint etwa im Herbst 2015 zu einem Preis von um die 549 Euro. Und wie gesagt, ich bin schon ziemlich gespannt. Noch ein paar Worte zum normalen Gigaset Mi. Das habe ich mir auch kurz etwas genauer angeschaut. So mal die wichtigsten Unterschiede. Hier haben wir nämlich nur ein 5-Zoll-Display. Die Auflösung ist aber absolut gleich geblieben. Eine 16-Megapixel-Hauptkamera, ein 3000 mAh starker Akku. Aber auch das ist wirklich ein ziemlich interessantes Gesamtpaket in meinen Augen. hat auch einen ziemlich hochwertigen Eindruck gemacht. Das soll auch ab Herbst für etwa 469 Euro verfügbar sein. Ja Leute, das waren das Gigaset Mi und das Gigaset Mi Pro. Was haltet ihr von den Smartphones? Würdet mich halt mal interessieren. Ist ja wie gesagt das Debüt von Gigaset. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.